Die Quartalsaison beginnt, Netflix hat Zahlen geliefert, gleich mehr dazu auf Aktienlust TV. Herzlich Willkommen auf Aktienlust TV. Hallo lieber Mick, heute wieder bei mir zu Gast. Immer gern, immer gern. Vor allem ist Quartalsberichtssaison, da treffen wir uns ja gerne, da haben wir ein bisschen was zu berichten über die Zahlen. Ja und gestern ging es ja so richtig los. Klar am Wochenende waren schon die US-Banken dran, die bei unseren Banken gezeigt haben, was eine Kante ist, wie man Geld verdient. 9,2 Milliarden Dollar Quartalsgewinn bei J.P. Morgan. Will denn los und vor allen Dingen das nicht unbedingt durchs Investmentbanking, meine Damen und Herren, nein, man hat sogar durch Private Banking erreicht und das will tatsächlich etwas heißen in den USA. Ja, wie gesagt, Deutsche Bank, das war ja mal der Steckenpferd, Private Banking, wollen wir nicht drüber reden. Wir wollen heute über Netflix reden, über die Streaming-Sparte, weil Netflix als Pionier natürlich Vorreiter, gestern mit frischen Zahlen. Mick, was sagst du dazu? Also ich muss sagen, meine Analysten waren hintenrum etwas enttäuscht, verstehe die Enttäuschung nicht ganz, weil man hat ja jetzt im ersten Quartal nochmal 9,6 Millionen neue Abonnenten hinzugewinnen können. Das heißt also, man liegt jetzt bei 149 Millionen Abonnenten, aber Netflix ist vorsichtig geworden fürs nächste Quartal. Da sieht man nur 5 Millionen neue Abonnenten und das war das Malus, was die Analysten so ein bisschen gesagt haben, sie rudern zurück. Gut, man weiß allerdings bei Netflix auch, der Markt hat sich ja verschärft jetzt. Absolut, weil natürlich Netflix als Vorreiter, als Pionier war lange Zeit der mit Abstand führende Streaming-Anbieter und das ist natürlich ein neuer Trend gewesen, weil die jungen Leute, die schauen nicht mehr Fernsehen auf den Privatsendern mit vielen Werbeunterbrechern, die schauen sich die Inhalte dann an, wann sie wollen, wie sie wollen, auf welchen Geräten sie wollen und das natürlich ohne Werbung. Ja, muss man sagen, wir haben vor allen Dingen Studien im Markt, die besagen, dass bis zum Jahre 2021, und das ist ja bei Gott nicht mehr allzu lange hin, wir einen Markt haben mit Streaming-Diensten, wo 650 Millionen Kunden erwartet werden. Also da ziehen wir jetzt mal die 150 von Netflix ab, blieben also noch 500 Millionen Kunden, die da bereit wären, in den nächsten zwei bis drei Jahren tatsächlich hier Abos abzuschließen. Also ein sensationell großer Markt, den natürlich jetzt auch andere Traditionsunternehmen aus Amerika für sich entdeckt haben. Ja, Apple zieht jetzt nach, natürlich, man hat da lange Zeit geschlafen, ja, es gab ja vor zwei, drei Wochen die Konferenz, wo man Apple Plus TV vorgestellt hat, also man möchte hier eigentlich auf den Spuren von Netflix mit Eigenproduktion vor allen Dingen punkten. Klar, man hat 1,4 Milliarden Geräte am Markt, ja, die will man mit diesem Service auch als allererstes können und halt monetarisieren. Das heißt, wenn ich hier ein paar Euros, ein paar Dollars an Abo-Gebühren einkassiere, nebenbei, dann lohnt sich das für Apple. Amazon ist natürlich sowieso schon am Markt. Ja, Amazon, Amazon Prime ist schon am Markt, hat sich bei Zeiten auch so manch eine Hollywood-Schauspielerin ins Boot geholt, weil das ist natürlich das Pfund, dass man dementsprechend hier mit den tatsächlichen Vips aufwarten kann. Aber wir haben einen, der war nicht ganz so happy über diesen neuen Streaming-Dienst bei Apple, obwohl er eigentlich mittlerweile Appleianer ist, nämlich Warren Buffett. Der ist der Meinung, Apple läuft ein bisschen dem Markt hinterher und hat vor allen Dingen natürlich nicht, wie die zwei Unternehmen, die wir ihn jetzt noch nennen müssen, natürlich die Schubladen hinten voll. Und das sind immerhin Disney und Warner. Die sind ja seit Jahrzehnten schon im Filmgeschäft unterwegs. Das heißt also, hier wird man natürlich genau hinschauen müssen, wer welche Ziele, welche Produktionen und vor allen Dingen welche Filme und Inhalte anbieten kann. Ja, und Disney hat sie ja bei Netflix jetzt mehr oder weniger zurückgezogen. Warum? Weil man jetzt eben den eigenen Streaming-Dienst angekündigt hat, hat bei der Aktie auch für einen Kursschub gesorgt. Wir schauen uns jetzt mal alle Aktien da im Detail nochmal an, fangen mit Netflix an. Also was mir da halt gut gefällt ist, dass man jetzt gerade im letzten Quartal erstmalig, eigentlich was die Umsatzseite angeht, international mehr Umsatz gemacht hat als in den USA selbst. Aber das zeigt natürlich auch das immense Potenzial, dass man gerade mal halb so viel Umsatz international macht, als eben auf dem Heimatmarkt. Ja, und wir sehen es, der Heimatmarkt, meine, ist Amerika und der Markt hier in Deutschland. Da wird ja mittlerweile Netflix auch sogar vom ehemaligen Konkurrentenwettbewerber von Sky mit angeboten. Sie können aber Sky auch ein Netflix-Abo abschließen. Also da ist man natürlich schon auch auf dem europäischen Markt unterwegs, weiß den auch zu schätzen. Und deswegen ist der Gewinn ja im ersten Quartal auch von 290 Millionen auf 344 Millionen US-Dollar nach oben gelaufen. Also insgesamt investiert Netflix aktuell extrem viel Geld noch in den eigenen Content. Da schmälert auch etwas die Margen. Und man will natürlich hier gerade in die Eigenproduktion eben investieren, weil die natürlich nach hinten raus sich weiter vermarkten lassen. Das ist ja das Faustpfand, was Netflix eben hat, siehe House of Cards. Ja, das sind solche Serien, die natürlich auch auf Sky hoch und runter liefen oder auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Das ist so etwas, was natürlich Netflix künftig weiterhin auszeichnen wird, auch im Filmbereich. Und wird müssen, denn Netflix wird in Zukunft auf die Inhalte von Warner und von Disney verzichten müssen, wenn die einen eigenen Streaming-Dienst auflegen und beide Unternehmen, Disney und Warner wollen ja Ende des Jahres ihren Streaming-Dienst bringen. Das heißt, die sagen sich dann natürlich auch, hey, das sind ja unsere Serien, die lassen wir natürlich parallel nicht auf Netflix laufen. Aber Netflix nimmt jetzt 13 Milliarden US-Dollar in die Hand, um nochmal weiter zu produzieren, eigene Serien, eigene Filme. Im Vergleich dazu bringt Apple es gerade mal auf eine Milliarde. Also da ist Netflix natürlich klar im Vorteil. Also aktuelle Umsatzschätzungen gehen davon aus, in diesem Jahr wird man 20 Milliarden Dollar Umsatz generieren, das Jahr drauf 25 Milliarden Dollar. Bewertung sportlich, KGV-Schätzung 2019, 85, sinkt auf 2020 Richtung 50. Das ist natürlich schon eine Nummer und da muss man natürlich sagen, da wird aus technischer Sicht ein bisschen die Luft dünner. Also ob ich auf dem aktuellen Niveau hier einsteigen würde, weiß ich nicht, vielleicht eher mal ein Rücksetzer abwarten. Ja, denke ich auch, dass man dazu erstmal abwartet, wenn da was kommt und sich dann nochmal billiger einkauft. Aktuell wäre es mir auch ein bisschen zu teuer, die Aktie, muss ich sagen. Schauen wir uns eben mal Apple an. Ja, Apple im Vergleich natürlich, man legt, ich meine, umsatzmäßig wird die Streaming-Sparte für Apple völlig irrelevant sein. Absolut, absolut. Aber auch per se natürlich kann das schon mal eine Rolle spielen. Aber hier haben wir eben eine Bewertung, ein KGV von 15. Das ist natürlich eine andere Liga. Oder jetzt auch, wenn ich auf Disney jetzt mal komme, da haben wir ein KGV eben auch von 18. Man ist da absolut im Filmgeschäft. Man hat natürlich da hinten die Produktion, um den Streaming-Markt zu bedienen. Das ist vielleicht aktuell eher eine Variante. Vor allen Dingen, wenn ich mir hier den Chart anschaue, der sieht natürlich bombig aus. Der von Walt Disney, ja, der sieht richtig klasse aus. Muss man sagen, meine Damen und Herren, und da kennen Sie sich ja auch so ein bisschen aus. Ja, was gehört denn alles zu Walt Disney? Das wissen Sie doch. Star Trek, die ganzen X-Men-Filme oder halt eben auch hier die neuesten Themen, wo es rund natürlich ganz klar um Fantasy geht. The Kingsman ist mit dabei. Da ist Disney natürlich führend drin. Und das könnte natürlich dementsprechend eine Bank sein. Und der Chart, muss ich fairerweise sagen, der ist wie gemalt, meine Damen und Herren. Und Marvel, das ist ja so deine Welt. Absolut, ich liebe die Marvel-Comics. Und seit zwei Jahren, wenn Sie mal wirklich ins Kino reinschauen, was läuft da Marvel rauf und runter? Und das könnte ich mir dann natürlich Ende 2019 auch direkt über Disney bestellen. Und nochmal auf den Chart zu sprechen zu kommen. Das ist natürlich Bilderbuch. Seit 2015 ist eigentlich die Aktien im Seitwärtskanal zwischen 100 und 120 Dollar grob. Und jetzt mit der Ankündigung ins Streaming-Geschäft zu gehen, knallt die Aktien nach oben raus. Das ist natürlich ein sehr, sehr starkes technisches Signal. Kommen wir nochmal zum letzten zu sprechen. Amazon, natürlich auch hier ist die Streaming-Sparte oder der Filmsparte Prime Video eines von vielen Bereichen. Aber mit wachsender Bedeutung. Ich kann mir bei Amazon sogar vorstellen, dass man über kurz oder lang in die Sportrechteverwertung einsteigt. Beispielsweise die Bundesliga oder die Premier League. Das wäre sinnig für Amazon, muss man fairerweise sagen. Den Markt dazu hat man, die Marktteilnehmer letztlich auch. Und die, die dafür bezahlen würden, natürlich de facto auch. Also von daher eine sicherlich sinnvolle Investition. Und witzigerweise kann man bei Amazon mittlerweile von Bewertung sprechen. Ja, ja, kann man jetzt. In den Anfangsjahren gab es die ja gar nicht, weil man immer nur Verluste produziert hat. Aber mittlerweile hoch profitabel, auch dank der Cloud-Sparte. Ja, KGV-Schätzung bezogen auf die Gewinne dieses Jahr um die 60, nächstes Jahr um die 40. Ja, das rechnet sich allmählich. Und wie gesagt, man hat noch viele Pfeile im Köcher, mit denen man schießen kann. Nicht nur im Filmbereich, auch Echo und Alexa und was da alles dazu kommt. Ja, Thema autonomes Fahren wird man sicherlich auch mal irgendwo was machen. Also von daher, bei Amazon sehen wir durchaus natürlich weitere Wachstumschancen. Auch hier ein Blick auf den Chart, sieht natürlich bilderbuchmäßig aus. Man hat korrigiert Ende des Jahres. Da haben wir ja auch hier auf Aktienlust natürlich gesagt, das sind die Chancen, die man nutzen muss. Und schau dir an, was bis heute wieder passiert ist. Ja, sensationell. Einfach starkes Comeback. Man ist wieder oberhalb der 200-Tage-Linie. Also da läuft es wieder in die richtige Richtung. Also das war von uns heute mal ein Ausblick in diese Streaming-Sparte. Natürlich anlässlich der aktuellen Quartalszahlen von Netflix. Morgen, du mit Nicole wieder von der Börse. Ja, absolut. Dann wird sicherlich auch ein paar Zahlen mal unter die Lupe nehmen. Ja, wir gucken mal, was da wie gesagt heute noch im amerikanischen Markt los ist. Und dann wird Nicole morgen sicherlich auf der Börsengalerie mit mir wieder stehen. Und wir die einzelnen Zahlen mal so ein bisschen beleuchten. Dann haben Sie auch Zeit und Ruhe, sich die Videos über Ostern ganz friedlich dann auch mal gesetzt. Anstatt im Büro zu Hause anzuschauen. Und sich ein bisschen Ihren Kopf über Ihr Vermögen, Ihren Vermögensaufbau, Thema Aktien zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald hier wieder auf Aktienlust TV.